Tja Leute, jetzt muss ich noch mal Zeug sprechen. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich totales Desire. Total das Desaster. Total die Katastrophe, Alter. Hab ich ja schon wieder, hab ich ja schon wieder gar keinen Bock mehr. Hab ich ja schon wieder gar keinen Bock mehr. Und wir schon wieder einen dünnen Spieß herstellen. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Fangen wir auf. Also, ich will es euch nochmal kurz zeigen. Du musst dir mal sehen. Ich hab einen Fünffach-Multiplikator. Hab ich gekauft. Für 8, 9 Euro. Der meine eigene Prozessorleistung Fünffach multipliziert. Und das als Hashes ermittelt. Und den hab ich bezahlt von meiner CT Pay. Also von meiner NC Wallet. Die ja mit meiner Farm verknüpft ist. Wo ich ja die Bitcoins farme. Also quasi in meiner Shurf-Mine. In meiner Shurf-Mine, wo ich noch Gold shurf. Ja, meine Bitcoins farm. Ja, was will ich weiter dazu sagen, Leute. Ich brauch eine Kippe, Alter. Ich brauch eine Kippe, sonst so fasst ich das gerade aus. Ja, das ist wirklich. Ey, das ist wirklich der absolute Hammer, Alter. Ihr wisst ja gar nicht, wie belastend das ist, dass ich da geduldig sein muss, weil ich da gern miss will, wie sich das verhält und wie sich das widerspiegeln, widerspiegeln sein. Also mein Experiment will ich da sehen, ja. Oh Mann, Alter. So. Ja. Mein Experiment will ich sehen. Ähm, und äh, ja. Also das müsst ihr, das müsst ihr euch geben. Wie gesagt, also, wie gesagt, ich hab mit dieser NC Wallet, ja, worauf ich ja die Bitcoins, äh, 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 Werteinheiten sammle, die ich da ja quasi shurf, hä. Und ich shurf ja, ich shurf ja wirklich und ich shurf ja auch gut, alles, alles schön. Aber ich shurf ungefähr, sag mal mal so, ich shurf schätzungsweise ein Drittel von dem, was ich investiert hab zusammen, ja. Also ich hab ungefähr das Dreifache von dem, was ich raushol insgesamt vielleicht, äh, äh, bezahlt, ja. Aber Leergeld, da muss man erst mal sehen, was wir oben hier. Aber das Geile an der Sache ist, die Werben, dass du gleich mit dieser NC Wallet deine Sachen gleich bezahlen kannst. Ja. Das ist schön. Finde ich wirklich, finde ich wirklich toll. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal nochmal an. Jetzt steht hier, bei dieser NC Wallet, Alter. Hier. Schließen Sie Ihren Kauf schnell, ohne Provision, in der NC Wallet ab, ja. Dann gehst du da drauf, jetzt bezahl mit NC Wallet, ja. Und dann gehst du da drauf, musst du deinen Pin eingeben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal die Kamera wegmachen, welchen Pin. Ähm. So. Und da, in dieser NC Wallet, müssen wir das nochmal kleiner machen. Klar. Kleiner ist das vom Himmel gefallen. Sorry, wenn das immer noch einen kleinen Moment dauert, aber ich denke, die Zeit habt ihr, da entwickelt sich wenigstens sowas, das nennt sich Spannung. So. Hm. Und ihr wisst, wenn die Spannung steigt, dann seid ihr aber im Schöne gelandet, auf jeden Fall mit dieser NC Wallet, hä. Ähm. Müsst ihr euch mal geben, vielleicht haben die am Freitag keinen Bock mehr zu arbeiten, aber, ich habe hier, äh, ich habe hier das so gemacht, und dann stand hier, senden, ja. Und jetzt habe ich noch 1723 Werteinheiten drauf, das sind 55 Cent, aber ich hatte da vorhin auf jeden Fall genug, und dann musste ich hier einfach nur auf senden. Und da habe ich hier als Kommentar, noch eingetragen, dass kriege ich mich gefühlt, oder so. Und dann gehst du davon aus, dass das dann direkt davon abgebucht wird, dass das gleich passiert, so. Jetzt, äh, gehen wir hier in den Verlauf. Jetzt gehen wir hier in den Verlauf. Das müsst ihr euch halt echt nochmal so angucken, ne. Hier. Da ist die Zahlung, die ja davor mit dem Fünffachmultiplikator gleich sofort funktioniert hat, ähm, ist hier immer noch auf außen stehend. Wir gucken mal unten auf die Uhrzeit, wir haben es jetzt 21.11 Uhr. 20.11 Uhr am, am, am 3.11. So. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal ausgiebig an, jetzt habe ich hier geschrieben, dass kriege ich mich gefühlt habe. Klar. Die Zahlung ist ausstehend, aus, 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 ausstehend, ja. Also, äh, quasi gerade in Bearbeitung. Wenn man da hier drauf klickt, sieht man das dann. Äh, dann, dann kann man hier den Status gucken, was hier der Status bedeutet. Und da kann man hier, sieht man hier ausstehend, ihre Transaktion wird gerade in Blockchain verarbeitet, das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Also, so, 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 maximale Bitcoin, äh, Überweisungsdauer war mir bewusst so 3 bis 4 Stunden. Maximal, maximal. Ich habe ja da auch schon mal was bestellt und so, über Bitcoin was ausprobiert. Und, äh, nichts Schlimmes, also nur, äh, äh, eine medizinische Substanz, die ich testen wollte, auf doktormäßige Art und Weise. So, genau. Und die habe ich so über, über die Ärzte nicht gekriegt. So war das. Auf jeden Fall, äh, steht hier ausstehen. So, jetzt, das müsst ihr euch mal geben, ne? Hier, hier, hier steht ja, hier steht ja, äh, schließen Sie die Zahlung schnell, ohne Provision in NC Wallet ab. Schnell. So. Von 24 Stunden sind jetzt noch 19 Stunden 38 übrig, äh, mit Warten auf Zahlung. Hier steht verbleibende Zeit. Muss ich jetzt wirklich 24 Stunden auf die Zahlung warten? Schauen wir es aber am Anfang gleich. Oder ist es die Zeit, muss wir langsam noch auf die Zahlung warten? Auf jeden Fall, das Krasse ist, schließen Sie die Kauf schnell und ohne Provision in NC Wallet ab. Schnell bezahlen. Jetzt bezahlen NC Wallet, ja? Schnell. Schließen Sie den Kauf schnell und ohne Provision ab. Ja, den Kauf kannst du schnell abschließen, aber das welcher funktioniert ist dann nicht schnell. Siehst du hier? Sind ja schon, äh, 5,5 Stunden, wo ich drauf warte. Hm? Wenn wir das wirklich verbleibende Zeit 24 Stunden sind, Alter, na dann hasse, ey. Dann weißt du Bescheid. Wie gesagt, du kannst es auch anders lösen. Du kannst hier, haben sie da oben geschrieben, du kannst hier, äh, diese Replace for free Transaktion, kann man deaktivieren und dann, äh, kann man hier noch wie so schreiben, das, das, das muss man sich mal geben, Alter. Da gibt es jetzt eine Einheit, womit man dann festlegen kann, wie schnell eine Bitcoin Transaktion funktioniert. Hier, du kannst hier eine Gebühr von 33,5, 859 Sat pro Byte zahlen, um die Zahlung zu beschleunigen. Das musst du dir mal geben, Alter. Was da läuft, Alter, da würde man sich echt gar keine Gedanken drum machen, ey, ohne Scheiß. Aber ich muss das halt auch alles ausprobieren. Ihr wisst, ich bin immer ein wenig später wie die anderen, aber besser später als nie. Das Beste kommt ja sowieso zum Schluss. Hehe.